Hallo und herzlich willkommen zu RTL Wintersports 2009. Ich trainiere gerade fleißig für die neue Saison. Und wie das geht? Na mit dem V-Balance-Board. Passen Sie auf, ich zeige es Ihnen. Aber nicht nur zu Hause, auch unterwegs kann ich trainieren. Mit dem Nintendo DS kann ich immer und überall meine Lieblingswintersportarten genießen. Und für alle anderen Wintersportbegeisterten, keine Bange. RTL Wintersports 2009 erscheint auf fast allen gängigen Konsolen. RTL Wintersports 2009 The Next Challenge. Jetzt im Handel. Also worauf warten Sie noch? Ab in den Schnee.